Herzlich Willkommen bei den Bruder Games und heute geht es um das ganze Thema Sharen. Wir werden heute jede Frage beantworten, jedes Problem von euch da draußen lösen. Das Video wird ein bisschen länger sein. Wir werden in Step 1 jetzt kurz mal hier sagen, was wir alles für Fragen beantworten. Dann werden wir euch zeigen, wie man generell nochmal shert, Schritt für Schritt das euch erklären. Und im dritten Part sozusagen werden wir alle Fragen beantworten. Jede Frage, die uns gestellt worden ist, werden wir kurz nochmal erklären oder vorlesen und dann sozusagen die Antwort darauf geben, damit ihr wirklich keine Frage mehr offen habt. So, und zwar werden wir klären, wie viele Leuten kann ich denn sharen? Wie kann ich Playstation Plus sharen? Wie kann ich sozusagen die Add-ons sharen? Was ist mit den Season Pass? Warum kann ich bei manchen Spielen den Season Pass nicht sharen? Wie funktioniert es, dass ich primär und sekundär wechsle? Das zeige ich euch natürlich gleich hier danach. Wie ist es eigentlich mit den Trophäen? Kriege ich die Trophäen auf meinen Account? Und warum ist bei manchen das Schloss davor? Wie kann ich das lösen, dass das Schloss weg ist und ich die Spiele trotzdem spielen kann? Und warum wird mir primär nicht angezeigt? Das alles in diesem Video, nach dem Intro geht's los, bleibt dran! So meine lieben Leute, herzlich willkommen nochmal zu mir, zu Ding und Bruder Games. Und zwar geht's heute nämlich darum, wie ich Spiele share. Wir haben viele Videos darüber gemacht. Wir haben darüber geredet, dass die Lizenz von digitalen Spielen nur geshared werden könnte. Ihr könnt eure CD nicht sharen, ja? Ihr könnt eure CD-Spiele sozusagen nicht sharen. Ihr könnt die natürlich aus der Playstation nehmen, in eine Verpackung kaufen und eurem Freund geben. Das geht natürlich. Du kannst Playstation Plus, du kannst Add-ons sharen, du kannst alles Mögliche sharen, wenn du das jetzt so machst, wie ich es euch in diesem Video hier zeige. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, ihr geht erstmal auf euren Account, ja? Ich kann dann hier nochmal ganz kurz rausgehen, Benutzer definiert, Benutzer wechseln und da Gebruder Games ist mein Account und das ist der Account von meinem Bruder. Ich gehe jetzt in mein Account rein, Gebruder Games, ja? Und gehe auf Einstellungen. Und bei Einstellungen gehe ich auf Kontoverwaltung und dann als deine primäre Playstation aktivieren. So, und wenn ich jetzt hier einfach auf Aktivieren drücke, ist jetzt natürlich schon alles so eingestellt, dass wir momentan halt sharen. Mein Bruder hat jetzt aber gerade bei ihm alles deaktiviert. Darauf will ich jetzt aber nur nicht so richtig eingehen, weil es geht jetzt einfach nur darum, dass wir euch das zeigen können. Ich könnte es jetzt hier aktivieren und dann steht, zurzeit hast du eine andere PS4 als Premiere PS4 aktiviert. Möchtest du diese PS4 zur primären PS4 machen, ja? Wenn du diese PS4 aktivierst, kann jeder, der sie verwendet, die Spiele spielen, die du im Playstation Store gekauft hast. Ganz, ganz wichtig, hier steht es doch mal. Nur die digitalen Spiele, die wir gekauft haben, können wir auch definitiv sharen. Dazu zählt auch Playstation Plus, ja? Würde ich sharen. Und natürlich auch alle Add-ons und alle Sachen, die ich gekauft habe, zu dem Spiel zugehörig. Ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte ich jetzt, möchte ich es nicht als Premiere aktivieren, sondern ich möchte es als Sekundär lassen. Warum? Ihr müsst euren Account immer sekundär spielen, wenn ihr Spiele sharet. In den AGB steht drin, ich darf einen Account sozusagen sharen. Eure Playstation kann halt, wie ihr hier gerade gelesen habt, nur auf einer Playstation, egal wo, primär sein, euer Account. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst natürlich alle, du kannst 20 Accounts auf deiner Playstation haben, die sind alle primär. Das geht natürlich auch. Aber dann sind die halt wirklich nur diese Accounts auf deiner Playstation primär. Wichtig ist, du gibst deinen Freund, den du auf jeden Fall vertraust, deine Kontaktdaten, also deine Kontodaten, E-Mail und Passwort. Der lockt sich ein und stellt dich als Primär. Das gleiche machen wir natürlich auch mit, zum Beispiel jetzt hier mit meinem Bruder. Ich gehe auf Benutzer wechseln, er hat natürlich mir seine ganzen Kontaktdaten gegeben. Und dann gehen wir hier auf Konto verwalten und als seine Premiere Playstation 4 aktivieren. So. Und dann steht da schon, diese PS4 ist als seine Premiere Playstation aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt alle Spiele, die mein Bruder gekauft hat im Store, kann ich über meinen Sekundär-Account spielen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also gehe ich hier wieder rüber und könnte jetzt theoretisch jedes Spiel, was er gekauft hat, auch spielen bei mir. Und das gleiche kann er natürlich auf meiner Playstation, auf seiner Playstation machen mit meinem Account. Er stellt mich als Primär, geht in seinen Sekundären Account und kann alles runterladen, beziehungsweise jedes Spiel sozusagen spielen, was er gerne möchte, was ich gekauft habe. Wichtig hier an dieser Stelle ist, dass du definitiv dran denkst, dass wenn du ein Spiel zum Beispiel von deinem Freund sharen willst, musst du in sein Account gehen, es dort runterladen. Ja? Sobald es runterlädt, kannst du wieder in deinen Sekundären Account gehen, spielen, zocken, was auch immer, Ruhemodus. Und sobald es runtergeladen ist, startest du es einfach bei dir und hast natürlich auch deine Daten. Das heißt auch, deine Speicherdaten werden komplett gesaved, gesichert. Ja? Wenn du zum Beispiel Rainbow dir sharest, hast du natürlich dein Rainbow. Auf deiner Playstation, beziehungsweise auf deinem Sekundären Account. Und es bleibt doch. Es bleibt ewig, solange bis du das Sharing halt abbrichst. Wenn du das Sharing abbrichst, sind alle Spiele natürlich wieder weg, die du geshared hast. Und du kannst die Spiele nicht spielen. Die sind natürlich noch da, die Daten sind da, du kannst das Spiel aber nicht starten, weil das heißt, du hast keine Lizenz. Das Primäre aktivieren und das Sekundäre. Das sorgt einfach nur dafür, dass wenn ich den Account von meinem Bruder primär einstelle, dass ich die Lizenzen habe von ihm zu den Games, die er gekauft hat. Das heißt, ich habe auch die Lizenzen und kann damit auch die Spiele spielen. Ganz, ganz wichtig. Also, ihr könnt keine CDs sharen. Ihr könnt auch keine, weil so viele Fragen bei Instagram kamen. Ich weiß, es ist total utopisch. Aber ihr könnt keine Steam-Spiele auf eurer Playstation sharen. Das funktioniert nicht, meine Freunde. Ja? Du kannst Playstation untereinander sharen. Wir werden nochmal ein kleines Video dazu machen, wie ihr auf der Playstation 5 definitiv Spiele sharen könnt. Wie es da funktioniert, wie das System ungemodelt ist und so weiter und so fort. Wichtig hier, ihr könnt momentan, soweit ich es auf jeden Fall recherchiert habe, keine Playstation 4 Spiele zu der Playstation 5 sharen oder andersrum. Ja? Weil natürlich viele Spiele nur für die Playstation 5 ausgelegt sind und nicht auf der Playstation 4 funktionieren. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das natürlich auch nochmal im Hinterkopf habt. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit Hilfe helfen mit dem Video. Und wir werden definitiv hier im Anschluss nochmal ganz kurz paar kleine Fragen beantworten, die ihr natürlich im letzten Mal genannt habt. Warum, weshalb, wieso, das und das und das nicht funktioniert. Und dann sollte das Video auch reichen, all in one. Ihr habt unten in der Beschreibung nochmal alle Links zu allen Game-Sharing-Videos, die ich gemacht habe. Da sind verschiedene Faktoren aufgezählt. Da sind Fragen beantwortet worden von euch aus der Community, von Instagram, von YouTube und so weiter und so fort. Sogar Fragen, die bei Twitch im Livestream aufkamen, haben wir alle nochmal beantwortet, in verschiedenen Videos sozusagen gepackt. Hier soll aber das all in one Video nochmal sein, wie ich es euch von Anfang bis Ende nochmal erkläre und seht, wie was funktioniert, meine Freunde. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder guckt euch die anderen Videos an, was mir natürlich eine Herzensangelegenheit wäre. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die ihr in der Community gestellt habt, beziehungsweise unter den Videos, mir über Instagram geschrieben habt und so weiter und so fort. Und zwar haben wir die ja am öftesten gestelltesten Fragen halt wirklich rausgesucht und wollen die hier nochmal ganz konkret beantworten. Kann ich Add-ons sharen? Ja, du kannst Add-ons sharen. Add-ons sharen ist natürlich ganz normal, wie ein Spiel sozusagen zu betrachten. Du lädst dir natürlich das Hauptspiel runter über den Account von deinem Freund, beziehungsweise auf dem Account, der primär eingestellt ist auf deiner Playstation. Und dort lädst du nicht nur das Spiel runter, sondern auch die einzelnen Add-ons. Und dann hast du die Add-ons auch bei deinem sekundären Account, beziehungsweise generell bei deinem Account und kannst diese auch spielen. Kann ich Spiele auch über die CD sharen? Spiele über die CD sharen geht leider nicht, weil die Lizenz natürlich auf der CD liegt. Das heißt, dass du bei den meisten Spielen natürlich die CD auch brauchst, um zu spielen. Es gibt einzelne Spiele, wo du wirklich von der CD nur installierst und das Spiel dann definitiv hast. Die kann man definitiv sharen, sind dann aber digital zu betrachten und sind eigentlich ein Digitalspiel und die CD ist einfach nur da, um sozusagen schneller zu installieren, damit man sich das Spiel nicht runterladen muss. Aber grundsätzlich ist zu diesem Punkt zu sagen, nein, CD-Spiele kann man nicht sharen. Du kannst die CD rausnehmen aus deinem Laufwerk und deinem Freund geben, damit er das Spiel auch spielen kann. Aber das Sharen ist ja der große Fokus darauf gelegt, der große Vorteil, dass man zusammen ein Spiel kauft und beide, sozusagen du und dein Freund, es gleichzeitig online spielen könnt. Was passiert, wenn ich von meinem gesharten Account das Passwort ändere? Wenn du das Passwort änderst von deinem Account, merkt natürlich dein Freund, beziehungsweise dein Kumpel, dem du die Account-Daten von deinem Account gegeben hast, erst mal nichts, weil er natürlich eingeloggt ist. Und erst wenn er sich einmal ausloggt und wieder einloggen will, muss er natürlich das Passwort, das neue eingeben. Du kannst, wie ich es natürlich schon mal in einem Video gezeigt habe, es alles online steuern, online sozusagen über PSN Network, einfach mal bei Google eingeben. Dort kannst du dich anmelden mit deinem Account und dort kannst du alle Playstation, die sozusagen dein Account benutzen, rausschmeißen und dort das Passwort sozusagen nochmal zurücksetzen und dann hast nur du Zugang zu deinem Account, was am wichtigsten ist, wenn du natürlich vielleicht deinem Freund nicht mehr vertraust. Kann ich meinen Freund und meinen Bruder gleichzeitig sharen? Du willst zwei Leuten gleichzeitig sharen, was relativ schwierig ist, weil du nur auf einem System sozusagen dein Account primär einstellen kannst. Und wenn dein Bruder natürlich deinen Account schon mal primär einstellt, damit er deine Spiele spielen kann auf seinem sekundären Account, dann kannst du diesen Account halt nicht mal deinem Freund geben, damit er diesen primär stellt. Das heißt, er hat keinen Zugang leider mehr zu den Lizenzen deines Accounts und deswegen funktioniert es leider nicht. In den AGB steht offiziell drinne von Sony auch, dass man nur einen Account sozusagen primär stellen kann und damit theoretisch nur einer Person sharen kann. Wie share ich den Season Pass? Den Season Pass zu sharen ist nicht so einfach, weil es teilweise bei manchen Spielen ein bisschen schwierig ist, umzusetzen. Da du natürlich ganz selbstverständlich musst du wissen, manche Season Pass Pässe werden mit den Speicherdaten sozusagen verknüpft, die du über deinen Account hast. Das heißt, das ist so, als ob du generell möchtest, dass deine Speicherdaten geschert werden. Das passiert ja nicht. Wenn du sharest, wenn ich Rainbow zum Beispiel schere, dann hat die andere Person bzw. mein Bruder seinen eigenen Account, seine eigenen Speicherdaten. Er hat nicht meinen Account bzw. meinen Speicherstand, meinen Level, meine Packs, wie auch immer, sondern er hat halt seinen eigenen Account. Das heißt dementsprechend auch, dass er sich selber einen Season Pass kaufen muss, wie zum Beispiel bei Rainbow Six Siege. Kann man nicht gescampt werden? Natürlich kannst du gescampt werden. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass ihr da draußen definitiv nur eure Kontodaten an jemanden gebt, wo ihr sagt, ey, dem vertraue ich. Es gibt viele Leute, die dich dann halt verarschen, betrügen, wie auch immer. Aber wenn die Person wirklich vielleicht dein Bruder ist und du weißt, wo er wohnt, dann ist eigentlich alles safe. Wenn du es irgendwie schaffst, dass du in Bayern wohnst und dein Kumpel in Berlin und du schaffst, das ist relativ schwierig, weil dein Kumpel kann er natürlich dann mit Schabernack anstellen. Wichtig an dieser Stelle ist nochmal, ich verweise darauf, dass ich gerade eben schon mal beantwortet habe, wie kannst du das Passwort ändern, wie kannst du den Account zurücknehmen. Das geht alles online und ist online am besten zu lösen. Natürlich geht es auch über die App, auf dem Handy und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass ihr definitiv daran denkt, nur vertrauten Leuten eure Kontodaten zu geben. Kann man primär und sekundär auch wechseln? Na klar kann man primär und sekundär wechseln. Das ist natürlich die Hauptangelegenheit jetzt in diesem Sharing-Video oder generell beim Sharing auf der Playstation 4. Wichtig ist, dass du deinen Account, der eigentlich immer primär eingestellt ist, auf Sekundär stellst und den Account, den du halt bekommst, auf Primär stellst. Weil das Primär sorgt halt dafür, dass du Lizenzen von den Spielen von deinem Freund sozusagen erwirbst und diese dort runterladen kannst und dann auch diese einfach auf der Playstation aktiv sind. Das heißt, auf der ganzen Playstation, auch wenn du dir einen neuen Account machst, der dann auch wieder sekundär ist, kannst du die Spiele spielen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du daran denkst, dass man sozusagen bei dem Sharing eigentlich nur die Lizenzen shardt. Die Spiele kannst du dir überall runterladen. Das ist kein Problem. Es geht nur um die Lizenzen. Was ist mit den Trophäen? Ja, was ist mit den Trophäen? Viele haben mich halt auch wirklich gefragt, ob ich die Trophäen auf meinem Account bekomme, wenn ich das Spiel geshared habe. Natürlich. Du hast es offiziell sozusagen geshared bekommen und hast natürlich auch die Lizenz und damit kriegst du auch die Trophäen für deinen Account. Und selbstverständlich kannst du alle Trophäen halt dir erwerben, das Spiel auf Platin durchzocken, erst dann löschen, beziehungsweise kannst du definitiv erwarten, dass du auch die Trophäen angerechnet bekommst. Warum ist ein Schloss vor meinem Spiel? Wichtig bei dem Sharing ist natürlich, dass ihr Internetverbindung habt, weil über das Internet werden die Lizenzen ständig geprüft und eure Accounts werden auch ständig darüber geprüft. Das heißt, dass die Lizenz erstmal mit dem Internet überprüft werden muss, ob es für das Spiel auf jeden Fall vorliegt. Wenn du ein Schloss davor hast, ist es meistens so, dass du keine Internetverbindung hast oder keine gute Internetverbindung, die dafür ausreicht, dass du das Spiel definitiv spielen kannst und dass die Lizenz überprüft werden kann. Teilweise kann das bei dem Sharing natürlich zu Bugs kommen, zu verschiedenen Fehlern, wo du dann definitiv einfach entweder die Datenbank neu aufsetzt von deiner Playstation oder du die Lizenzen einfach wieder neu herstellst. Das kann auch schon alleine ausreichen, dass du definitiv das Schloss wegkriegst und das Spiel auf jeden Fall spielen kannst. Wichtig an dieser Stelle ist, wenn du sharest, solltest du natürlich die Spiele über deinen sekundären Account spielen und nicht über den Account, der primär eingestellt ist. Der ist nur dafür da, dass du die Lizenzen dir halt holst von deinem Freund und diese Spiele dann auf deinem Account spielst. Bei mir wird primär aktivieren gar nicht angezeigt. Wenn primär aktivieren bei dir gar nicht angezeigt wird, dann liegt es natürlich daran, dass du entweder angegeben hast bei Sony Playstation, dass du halt noch relativ jung bist, dass du unter 18 bist, beziehungsweise unter 16. Dadurch kann diese Option komplett ausgeblendet sein. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, dass ihr natürlich ehrlich seid und beantwortet, okay, wie alt bin ich, aber trotzdem kann es dazu führen, dass ihr natürlich die Spiele nicht sharen könnt, beziehungsweise die Playstation halt nicht primär oder sekundär einstellen könnt, weil sie natürlich mitkriegt, dass euer Account vielleicht auf 12 Jahre eingestellt ist oder unter 16 eingestellt ist und den Account, den du sharest, vielleicht von deinem Bruder ist und der ab 18 sozusagen freigeben muss. Das heißt, dass er definitiv die Möglichkeit hat, dass er ab 18 Spiele besitzt und diese sollen dich halt davor schützen, dass du die halt nicht spielst. Ansonsten wichtig ist, wenn primär nicht angezeigt wird, ist deine Playstation meistens irgendwo schon primär aktiviert. Das heißt, du hast deine Kontodaten schon irgendwo hingegeben, weggegeben und derjenige hat auf seiner Playstation deinen Account primär gestellt. Das kannst du natürlich online wieder lösen. Darauf verweise ich natürlich auf die letzten Fragen. Werde ich gebannt dafür? Einige denken, dass es verboten ist und dass es nicht legal ist, was Playstation hier macht und dass das Share überhaupt funktioniert. Aber ich bitte euch darüber nachzudenken, dass ich natürlich jetzt keine Videos mache darüber, wie man illegal irgendwie die Playstation umgeht, dass man noch Spiele sharen kann und dass ich einen wirtschaftlichen Schaden für manche Hersteller, Entwickler halt verursache, dadurch, dass ich denen erkläre, wie man halt ein Spiel nur einmal kauft, aber auf zwei Accounts spielen kann. Das ist totaler Quatsch. Du wirst dafür nicht gebannt. Ja, es ist legal. Du kannst in den AGBs, du kannst Sony, du kannst überall nachfragen. Es ist legal und es ist seit dem Release von der Playstation 4 immer noch möglich bis heute. Einige haben mich auch gefragt, die Frage will ich jetzt nicht extra aufnehmen, ob es überhaupt noch möglich ist heute. Ja, es ist noch möglich. Es ist nicht verboten. Es ist legal. Die Playstation gibt es ja extra vor und genau deswegen, weil du deinen Account nur einmal primär einstellen kannst, wollen sie natürlich dafür sorgen, dass du nicht mit 200 Leuten sharen kannst und von den 200 Leuten nur einer sich das Spiel kauft. Das wäre natürlich ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Schaden für die Leute, die die Spiele entwickeln. So, ich hoffe, euch haben die paar Fragen gefallen, die wir hatten, falls es wirklich noch sein sollte, dass ihr Fragen habt, dass irgendwas ganz Explizites oder irgendwas ganz Schlimmes passiert, was ich heute nicht erklärt habe, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden wieder viele Kommentare sammeln, viele Fragen einfach in den Kommentaren halt beantworten. Wenn ich, sobald ich es gelesen habe, werde ich da definitiv eine Lösung versuchen, beziehungsweise wenn ich die Lösung habe, werde ich sie gleich reinschreiben, damit ihr euch auf jeden Fall auch hier, ja, wohl umsorgt gefühlt vorfindet und ganz, ganz wichtig ist, dass es eigentlich alle Hauptfragen jetzt sind. Wir werden natürlich noch Videos dazu machen, wie es auf der Playstation 5 generell funktioniert. Wir werden kein Video mehr machen, wie man die Playstation 5 mit der Elgato anschließt, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich habe es ja schon mal bei der Playstation 4 gezeigt. Wenn es doch noch dazu kommen sollte und wenn wirklich so viele Leute fragen, bis jetzt haben mich ein paar Leute gefragt, ey, kannst du nicht mal zeigen, wie ich die Playstation 5 anschließe, werde ich es definitiv vielleicht nochmal machen, aber eigentlich ist es nicht abgesehen. Ich will nochmal ein Video machen, wie man auf der Playstation 5 schert, wie man es da einstellt. Da ist das System ein bisschen anders und hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Viele Leute wollen ihre Playstation 4 Spiele auf die Playstation 5 scheren. Da ist zu beachten, dass du die Playstation 5 Spiele nicht auf der Playstation 4 spielen kannst. Deswegen ist das Sharing da relativ schwierig und funktioniert eigentlich nicht. Entweder scherst du von der Playstation 4 zu Playstation 4 oder von der Playstation 5 zu Playstation 5. Das war es von den Brüdergames. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt geholfen. Ihr habt alles beantwortet. All in one. Hier sind alle Fragen drin. Ich zeige euch das nochmal Schritt für Schritt. Gehe auf verschiedene Sachen ein. Und wichtig ist, ihr habt unten nochmal alle Videos. Ich habe jetzt mit dem Video vier Videos gemacht. Drei Videos sind unten verlinkt. Die könnt ihr euch alle gerne nochmal angucken. Und eigentlich ist aber hier alles drin, was drin sein sollte. Und falls ihr wirklich euch alle vier Videos angeguckt habt, noch Fragen habt, dann schreibt die in den Kommentaren. Schreibt mich über Instagram an. Kein Problem. Ich versuche euch so schnell wie möglich zu helfen, dass ihr natürlich da draußen auch Spiele scheren könnt und ein bisschen Geld sparen könnt. Ganz ehrlich, die Spiele kosten 70, 80 Euro oder mal 100 Euro, wenn man sich eine Deluxe Edition kauft. Und da will ich natürlich dafür sorgen, dass du das mit deinem Freund spielen kannst und jeder hat vielleicht nur 50 Euro bezahlt und ihr trotzdem ein gutes Spiel habt, was ihr zusammen spielen könnt, auch online. Peace out und reingehauen. Euer Geburtergames. Ich bin willkommen ein brainer. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF für funk, 2017